Hi, hier ist AffinityJack und heute zeige ich euch, wie man diese extremen Lichter und Schatten bearbeitet und dabei gleichzeitig so einen kleinen verträumten Dreamy-Effekt erzeugt. Zu Beginn möchte ich euch erstmal was zeigen und zwar was Neues in der Version 2. Ich fotografiere ja normalerweise im RAW-Format und wenn man in Affinity Photo ein RAW-Format öffnet, öffnet sich standardmäßig die DevelopPersona und eigentlich ist dieses Modul wie ein neues Programm. Man hat ja eine etwas andere Benutzeroberfläche und wenn man im RAW-Format fotografiert eben auch mehr Möglichkeiten der Bearbeitung. Ich werde das Bild zwar in der normalen Fotopersona bearbeiten, möchte hier aber mal etwas zeigen und etwas Neues. Also es geht ja in dem Video sehr um Lichter und Schatten. Im RAW-Format in diesem Converter kann man das ganze noch ein bisschen besser bearbeiten. Ich klicke das jetzt hier mal an und jetzt geht es mir ja zum Beispiel um die Lichter. Die sind hier ja schon sehr ausgebrannt. Also da ist nichts mehr zu retten. Aber hier in diesen ganzen hellen Bereichen erhoffe ich mir und auch da erhoffe ich mir, dass ich das ein bisschen verbessern kann. Also ich zeige mal jetzt was, indem ich das voll runter ziehe und die Schatten sind ja zu dunkel. Die ziehe ich jetzt mal ein bisschen auf. Das gefällt mir jetzt so natürlich jetzt erstmal nicht, aber ich wollte eigentlich was anderes zeigen und zwar, also früher hat man es entwickelt und dann ist es als JPEG in die Fotopersona importiert worden. Jetzt in der Version 2 kann man hier auswählen, was damit passieren soll. Also ich kann ja jetzt sowas früher, da gab es nur Pixel-Ebene, da gab es gar keine Auswahlmöglichkeit und ich kann es jetzt als RAW-Ebene, die eingebettet ist, importieren. Was ist der Unterschied? Es wird jetzt entwickelt, alles sieht jetzt aus wie früher auch, aber wenn ich jetzt hier drauf einen Doppelklick mache, öffnet sich wieder die Develop-Persona und ich kann wieder bearbeiten, so wie vorher. Also alle Veränderungen sind da. Ich setze die jetzt mal zurück, denn ich möchte euch eigentlich nur diesen neuen Effekt zeigen und den Unterschied, den ich jetzt gleich in der Fotopersona machen werde. Also ich gehe jetzt noch mal zurück und mache jetzt meine übliche Bearbeitung. Dieses Bild würde ich zunächst ein bisschen begradigen. Der Horizont ist leicht schief. Also nehme ich das Zuschneide-Werkzeug und kann jetzt die Funktion Begradigen nehmen, indem ich mir den Horizont auswähle, eine Linie ziehe und loslasse. Dadurch ergeben sich jetzt automatisch Bereiche, die keine Bildinformationen haben, aber macht nichts, denn ich möchte ja sowieso zuschneiden. Entscheide mich mal hier bei der Landschaftsaufnahme. Im Verhältnis 16 zu 9. Da gibt es die entsprechende Vorauswahl. Und möchte jetzt eigentlich das Ganze so zuschneiden, also natürlich, dass diese Ränder erstmal weg sind. Das ist schnell gemacht, aber eigentlich möchte ich so zuschneiden, dass hier unten diese Informationen so weg sind. Also das hier, das werde ich später noch machen, aber hier, das war mir jetzt zu viel unnütze Informationen. Jetzt mal so machen, denn ich möchte die Spiegelung, diese Pyramidenform, die möchte ich noch haben und ich möchte auch, dass oben und unten jeweils es nicht so knapp ist. Also drücke ich Enter und habe den ersten Arbeitsschritt hinter mir. So und jetzt gehe ich nochmal auf Schatten und Lichter ein. Und zwar, es gibt nämlich auch hier einen Live-Filter Schatten und Lichter. Der wirkt jetzt ein klein bisschen anders. Im Prinzip funktioniert er aber genauso. Die Sache ist nur, dass diese Pixel-Ebene nicht so viel Bildinformationen beinhaltet, wie eine RAW-Ebene. Also ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe auch hier, damit man diesen Vergleich hat, mit 100% Licht mal runter. Sage jetzt aber, ich möchte in die Develop-Persona und mache das gleiche jetzt hier. Da sehen wir einen ganz anderen Effekt. Jetzt sollte ich vielleicht diesen hier mal ausschalten, damit er nicht gedoppelt ist. Er wird dann jetzt auch so komisch und natürlich grau. Aber dieser Effekt in der RAW-Persona ist sehr viel stärker. Also den wollte ich jetzt nur mal zeigen, auch wenn ich ihn nicht benutze. Ihr könnt jetzt aber mir in den Bemerkungen schreiben, ob ihr in Zukunft vielleicht mal ein Tutorial über diesen RAW-Converter haben wollt. Also ich gehe jetzt hier nochmal rein und die Lichter möchte ich natürlich runtersetzen, damit ich das hier wieder so ein bisschen rette. Und der Schatten, der ist mir hier zu dunkel, den möchte ich jetzt ein bisschen auffällen. Nur ein klein bisschen. Deshalb, weil es wird nachher so unnatürlich grau. Also gehe ich hier so ganz konservativ ran und nehme jetzt irgendwie so einen Wert. Vielleicht noch was zu der Fotosituation, warum ich das überhaupt so bearbeite. Und zwar ging die Sonne hier rechts über den Bergen. Hier waren weitere Berge unter. Und es war sehr diesig zuvor und riss dann jetzt auf. Das heißt, was hier ist, ist eigentlich Dunst. Und der wird jetzt durch die sehr schräg stehende Sonne angestrahlt. Wie gesagt, ich habe nicht ganz optimal belichtet. Hier ist es ausgebrannt. Aber dadurch sind eben die Schatten eben auch noch da. Recht schwierig eigentlich zu fotografieren. Und hier sieht man diesen Lichtschein, der jetzt diesen Dunst erhält. Und deswegen ist es eigentlich so ein bisschen weißlich. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, diesen Dunst zu entfernen und damit so eine homogene Schärfe herzustellen, so einen homogenen Kontrast. Ich habe mich in diesem Bild aber dagegen entschieden. Denn man wird vielleicht gerade, wenn man sich in der Natur bewegt, öfter mal so einen Effekt haben. Und den kann man sich auch zunutze machen für einen völlig anderen Bildlook. Und so wird die Bearbeitung jetzt hier durchgetragen. Also, jetzt möchte ich das Ganze mit mehr Kontrasten versehen und gleichzeitig ein bisschen mehr Schärfe, weil die fehlt hier schon ganz schön. Und da nehme ich den Live-Filter Klarheit. Jetzt gucke ich mir das mal an. Ich werde den mal ordentlich hochsetzen. Und ich denke, man kann tatsächlich hier bis 60 Prozent hochgehen. Also, es wird hier jetzt alles ordentlich schärfer. Was mir aber noch gefällt, dass es immer noch dieses Blass-Weißliche bleibt. Denn das möchte ich ja haben. Über das ganze Bild gesehen, fehlt mir allerdings doch noch ein bisschen Kontrast. Also, logisch, wenn hier Dunst drin ist, fehlt ja Kontrast. Ich möchte noch ein bisschen erhöhen. Und das mache ich. Ich muss ja auf diese Ursprungsebene gehen. Indem ich jetzt in dem Fall wirklich nur diese Kontrast-Ebene nehme. Ehrlichkeit und Kontrast. Und ziehe den Kontrast jetzt hier mal mächtig hoch. Ich würde mal bis hier hin gehen. Also, wie man sieht, das gefällt mir jetzt hier ganz gut. Und der Unterbereich wird automatisch dunkler. Normalerweise würde man das jetzt mit mehr Helligkeit ausgleichen. Aber das möchte ich nicht. Ich gehe ja ein bisschen anders ran. Denn ich möchte ja, dass es hier oben nach wie vor so bleibt. Kümmer ich mich mal um das nächste Problem. Also, jetzt habe ich ja erst mal so ein bisschen begonnen, mit den Lichtern hier rumzuspielen. Jetzt allerdings die Schatten. Also klar, wenn die Sonne hier ganz schräg steht und dann ist das die lichtabgewandte Seite. Also ist es dunkel. Aber der Felsen sieht doch sehr schön aus und ich möchte davon ein bisschen mehr zurückbringen. Und das mache ich, indem ich die Belichtung lokal auf diesen Felsen, also diese beiden Inseln erhöhe. Und diese Schattenauffällung mache ich jetzt mit einer Belichtungsebene. Also nehme ich mir hier die Anpassungsebene Belichtung und achte jetzt mal nur auf den Schatten. Der ist ja wirklich sehr dunkel und ziehe den mal hoch. So, der Rest brennt aus, ist klar, mit dieser Belichtung. Jetzt invertiere ich das Ganze, nehme mir einen Pinsel, Farbe Weiß, volle Deckkraft. Und jetzt maskiere ich mir diese Belichtung auf die gewünschten Stellen rein. Also dazu mache ich den Pinsel mal ein bisschen weich. Man könnte natürlich als andere Option auch machen, dass man vorher eine Auswahl von diesen Inseln macht. Ich glaube, das habe ich bei meinem Thumbnail letztlich auch so gemacht. Naja, jetzt nehme ich mal eine andere. Ist dann natürlich nicht so präzise, fällt mir gerade auf. Aber für das Video, ihr versteht, was ich meine. Und je nachdem, was man jetzt für ein Objekt hat, funktioniert das eigentlich ganz gut, wenn es zu kompliziert wird. Also zum Beispiel, wenn man jetzt hier diese Tannen hätte, dann würde ich doch lieber eine Auswahl machen. Ja, so geht es jetzt natürlich nicht so präzise. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, jetzt mache ich das mal so zu Ende. So, das war Insel Nummer 1. Jetzt kommt Insel Nummer 2. So, jetzt finde ich, also ich habe erstmal eine bewusst hohe Belichtung genommen. Jetzt ist es aber zu hell. Okay, jetzt sieht es ja so aus, als wenn hier die Sonne drauf scheinen würde. Also verändere ich das mal ein bisschen, ziehe die Belichtung wieder ein bisschen runter, dass es auch realistisch aussieht. Ich würde mal sagen, bei diesem Wert so. Jetzt würde ich noch ein klein bisschen Licht mit verminderter Deckkraft allerdings, gehe ich mal runter, auf diesen Felsen hier so geben. Und da auch. Und ich würde noch ein bisschen Licht, jetzt passt es nämlich mit dem Baumstamm nicht. Der untere Teil ist so hell und der ist so dunkel. Das heißt, ich würde nochmal auf den Baumstamm gehen und den Baumstamm heller machen. So, da muss ich mal gucken. Mit verminderter Deckkraft bin ich jetzt hier unterwegs. Ich klicke jetzt einmal hier unten an und einmal hier um und ziehe damit eine Gerade. So, das reicht eigentlich für diesen Bereich, finde ich. Das gleiche mache ich jetzt nochmal hier. Nein, hier entscheide ich mich für eine andere Methode. Und zwar ist ja der Baum gleichmäßig im Schatten und damit auch gleichmäßig dunkel. So gesehen korrekt. Nur ich habe mir, wie gesagt, hier unten künstlich heller gemacht. Jetzt werde ich so ein bisschen schummeln, indem ich so tue, als wenn hier doch noch ein klein bisschen Licht drauf gefallen ist. Das heißt, ich werde die Seite des Baumes ein bisschen heller machen. Ich gehe mit der Deckkraft mal noch ein bisschen runter und werde hier mal so ein bisschen, klein bisschen Licht drauf geben. Vielleicht, dass es so ein bisschen lebhaft wirkt. Ein bisschen ungleichmäßig. Hier vielleicht nur ein ganz bisschen, weil das ist ja die lichtabgewandte Seite. Und das gleiche könnte man sich hier auch überlegen. Ne, hier finde ich funktioniert die Illusion eigentlich ganz gut. Ich zeige es mal. Doch, so sieht der Übergang noch ein bisschen sauberer aus. Ich zeige mal den Vorher-Nachher-Effekt. Die Kanten sind jetzt tatsächlich nicht so ordentlich, aber ansonsten funktioniert die Illusion eigentlich ganz gut. Ich würde jetzt doch noch mal ein klein bisschen Kontrast reinbringen. Aber ein bisschen anders als normal. Also, ich gehe mal auf die Gradationskurven und sage auch, was ich damit meine. Also normalerweise, ich ziehe es mal rüber, damit man es besser sehen kann. Normalerweise ist ja klassisch, dass man diese drei Punkte setzt und dann die hellen Töne ein bisschen anhebt und die dunklen ein bisschen absenkt. Also mit dieser S-Kurve bekommt man ja den Kontrast. Nun ist doch hier aber schon so viel Licht, da will ich jetzt gar nicht noch mehr Licht. Also ist ja schon ausgebrannt. Insofern fasse ich die hellen Töne hier gar nicht erst an. Aber die mittleren Töne, die sich ja durchaus auch hier befinden, aber hauptsächlich denn in diesem Bereich, da möchte ich den Kontrast ein bisschen verstärken. Das heißt, hier mache ich es ein bisschen dunkler. Sagen wir mal so. Und die dunklen Töne, die mache ich auch ein bisschen dunkler. Jetzt muss ich nur gucken, weil ich natürlich damit auch den Schattenbereich dunkler mache. Aber da kann ich ja gleich nachjustieren. Aber ich finde, dass gerade dieser obere Bereich jetzt gerade gewonnen hat. Ich sag mal hier den Vorher-Nachher-Effekt. Und finde es so eigentlich besser, das Bild. Würde jetzt aber tatsächlich nochmal ein bisschen auf die Belichtung gehen. Also wenn man das jetzt doch vielleicht noch ein klein bisschen heller macht. Ja, so. Und ich überlege gerade, ob mir der untere Bereich vielleicht sogar zu dunkel ist und ich einen Verlauf auf diesen Kontrast, diese Gradationskurven setze. Also gehe ich dann auf das Verlaufswerkzeug und möchte eigentlich diesen Effekt nur oben haben und unten gar nicht so sehr. So, jetzt habe ich hier einen Übergang, den ich hier auswählen kann und sage mal, ich möchte den hier haben. Dann bleibt der untere Bereich, wie er ist und wird gar nicht so viel dunkler. Und der Kontrast spielt sich ja hauptsächlich in diesem Bereich ab. Gucken wir jetzt nochmal vorher, nachher. Ja, so gefällt es mir besser. Nun gucke ich mir an. Also ich stelle so fest, dass das Bild relativ warm ist. Also was ich jetzt mache, ist natürlich auch, wie viel ist wieder eine Geschmacksfrage. Aber die Sonne steht eben so schräg und die Töne sind recht warm. Und somit ist der blaue Himmel nicht nur blass durch den Dunst, sondern gleichzeitig geht so ein bisschen ins Rote hinein. Also fällt mir jetzt eine Maßnahme ein, die nenne ich mal Blautöne verbessern. Ich möchte das hier ein bisschen blauer haben. Diese Farbtöne befinden sich allerdings nicht nur im Himmel, sondern auch hier. Insofern gucke ich mir jetzt mal an und auch im Felsen eigentlich kommt normalerweise ein bisschen blau drin vor. Und gucke ich mir mal an, wie man diesen Farbbereich verändern kann. Dazu lege ich mal eine Anpassungsebene HSL an. Wähle die Blautöne aus. Kann ich natürlich auch mit der Pipette machen. Und erhöhe jetzt mal die Sättigung dieser ausgewählten Blautöne. Wie ich sehe, kann ich hier ziemlich hoch rangehen. Also jetzt im Himmel gefällt mir das ganz gut. In diesen Bereichen hier ist es mir zu dominant. Da gehe ich mal mit der Helligkeit runter. Ist auch eine Maßnahme, die mir dazu einfällt. Und insofern habe ich jetzt eigentlich die Blautöne mehr im Himmel verbessert. Hier auch, aber hier etwas subtiler. Was ich noch machen kann, es ist ja eine Maske. Also insofern kann ich mit einem Pinsel das örtlich wieder raus maskieren. Nehme die Farbe schwarz, 100% Deckung. Und gucke mal, wo ich sie wieder raus hole. Auch hier zeige ich mal ein Vorher-Nachher-Effekt. Also eine Geschmacksfrage, wie gesagt. Aber mir gefällt dieser etwas kältere Farbton ein bisschen besser. Denn hier haben wir ja immer noch genug Wärme. Was mich schon die ganze Zeit nervt, ist hier unten der verschwommene Zweig. Also da es ja eine Langzeitbelichtung ist und auch ein klein bisschen Wind war, ist dieser nun in Bewegung gewesen und damit verschwommen. Das lässt sich aber ganz leicht beheben. Ich setze mal eine neue Ebene drauf und gehe mit dem Restaurationswerkzeug drüber. Hier, die sehen jetzt in Affinity Photo 2 ein klein bisschen anders aus. Aber das Prinzip ist das gleiche. Ich muss natürlich den Modus ändern, auf die Ebene und darunter. Und werde jetzt hier einfach mal rüberfahren. Und gucken, wie Affinity Photo das Problem hier meistert. Ja, meiner Meinung nach perfekt. Jetzt habe ich dieses Problem auch gelöst. Außerdem finde ich hier diesen helleren Farbbereich auch störend. Und habe das bei der Gelegenheit auch gleich noch korrigiert. Als letzte Maßnahme möchte ich noch so ein bisschen Dodge & Burn machen. Also, ich sage gleich worum es mir geht. Ich erstelle erstmal einen neuen Screenshot. Oberste Ebene. Sichtbare zusammenlegen. Den nenne ich dann auch mal Dodge & Burn. Und zwar geht es mir darum, am Berg diese eigentlich im Schatten befindlichen Seiten ein klein bisschen abzudunkeln. Und auch hier so ein paar Bereiche. Komme ich gleich zu. Also nehme ich das Burn-Werkzeug. Nehme als Tonwertbereich erstmal den Schatten. Mal gut, wie gut das funktioniert. Weil es sind hier nicht wirklich richtige Schatten. Und die Deckkraft nehme ich mal 30%. Und gucken wir mal an, ob das passt. Und nun fahre ich mit diesem großen, aber weichen Pinsel. Nein, das ist mir ein bisschen zu heftig. Die Deckkraft. Man sieht ja ganz gut eine Vorschau. Insofern habe ich jetzt noch nichts kaputt gemacht. So gefällt es mir jetzt besser. Und fahre jetzt mal über diese Bereiche. Es ist ja die sonnenabgewandte Seite. Und meiner Meinung nach sollte die etwas dunkler sein. Also ich habe die jetzt mit 20% Deckkraft alleine diese Seite schon dunkler gemacht. Und kann mir jetzt überlegen, dass ja dann dieses Tal dazwischen ja auch dunkler sein müsste. Wenn ich jetzt nochmal drüber gehe, dann habe ich 40% Deckkraft. Also möchte ich das hier auch noch so ein bisschen. Und somit habe ich alleine diese Seite schon ein bisschen nachbearbeitet. Dann finde ich kommt ganz gut, wenn man in diesen Bereichen so ein bisschen Konturen durch Dodge & Burn reinzeichnet. Ich zeig mal was ich meine. Also man hat ja diverse kleine Hänge und Hügel auf dem Berg drauf. Also hier sind ja Strukturen drin, die man dann nicht mehr so sieht. Und die kann man verstärken, indem man hier einfach so ein bisschen nachfährt. Man darf allerdings nicht mit zu hoher Deckkraft rangehen. Ich zeig mal was ich meine. Hier möchte ich den Bereich auch mal gleich ein bisschen abdunkeln. Der ist mir ein bisschen zu hell. Hier haben wir auch so einen Hügel, wie ich ihn meine. Und der kriegt ein bisschen mehr Plastizität. Also so ein bisschen mehr 3D-Effekt, wenn man da nachfährt. Das ist eine Aufgabe, die macht mir eigentlich immer sehr Spaß. Ist unter Normalumständen aber eben auch sehr zeitintensiv. Insofern kürze ich das hier jetzt mal ab. Und mache das jetzt nicht so intensiv. Aber versteht was ich meine. Ich zeig mal auch hier den Vorher-Nachher-Effekt. Also man könnte jetzt noch einige Dinge machen. Ich sehe auch noch ein paar. Man könnte auch ein paar Sachen aufhellen zum Beispiel. Mal mit Abwedeln auch 20%. Man könnte, wenn man wollte, noch ein klein bisschen hier zum Beispiel in der Mitte aufhellen. Ich wollte euch aber nur mal diesen Effekt zeigen, wie man diesen Extremunterschied von Licht und Schatten hier verbessert. Ich zeig euch mal, wo wir eigentlich gestartet sind. Und wie wir das Bild jetzt verändert haben. Also, ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Affinity Jack.